1, 2, 1, Tobi fängt an, go! Tobi? Ja, was denn? Du fängst an, go! Achso, ich war gerade im Überraswitchen. Okay, dann müssen wir wieder zurück bei Rainbow Six machen. Ja, da ist alles drin. Ja, das ist dann drin, Patrick. Leitere Moderation sind immer scheiße. Ey, Leute. Die mach ich kaputt. Hä, warum willst du wissen, dass deine in der nächsten Folge kommt? Vielleicht kommen ja auch ich. Weil ich dann dran bin. Ach, du bist dann dran? Aber, aber... Aber, ich glaube... Arnold Schwarzenegger, wer weiß. Ja, vielleicht kommen doch einfach Arnold Schwarzenegger. Sollen wir dann wieder gemeinsam machen? Komm. Gib dir meinen Slot. Ich wollte mal ein Danke aussprechen, während die gerade ihr Arbeitsplätze anhaben. Kein Problem, man. An die lieben Freunde von Need for Seat, die uns so ein super Stuhl gelegt haben. Ja, man sitzt echt wie in einem Racingstuhl und ich fühle mich auch besser seit ich sie sind. Boah, ich würde mich am liebsten da jetzt reinsetzen, Tennis. Das heißt, wir können diesen Job noch 5 Jahre länger machen, Tennis, weil der Rückkehr nicht kaputt ist. Es ist tatsächlich so, weil ich hatte tatsächlich auf dem anderen Stuhl, also nicht auf dem weißen, sondern auf dem Stuhl, den ich davor hatte, massiven Rückenschmerzen nach ne Zeit. Weil man echt so bescheuert sitzt. Und der Stuhl ist halt so hoch und dann sitzt man ganz gut da. Du sitzt jetzt also auf deinem Stuhl. Du sitzt jetzt nicht so bescheuert? Nee. Also es sitzt eben auf deiner Mutter drauf, die für mich gut geschmeckt hat. Sei vor, dass es kein flüssiger Stuhl ist. Okay, Bahnmuseum, Leute, Bahnmuseum. Dass der Stuhl dein Niveau überhaupt aushalten kann. Ja. Starkes Niveau, Patrick, hast du recht? Starkes Niveau, ja. Patrick, ey. Kann man rauskommen, ne? Komm, was geil ist, du hast gerade nicht so selber lachen, weißt du? So, okay. Ich hab gar nicht lachen. Über das denn bestimmt. Ähm, könnte von jemand auch oben kommen. Da könnt ihr nämlich auch den Boden, da kannst du durchschlagen, Dennis, ne? Hey, los geht ab. Über dem Raum. Jetzt klaut der sogar meine eigenen Witze, Alter. Ist das dein Ernst? Hast du gehört, Heidi? Jetzt ist er noch stolz auf seine Witze. Was denn, Curry, darf man von oben kommen? Ja genau, du kannst oben da den Boden eintrümmern wieder, ne? Das war echt nice. Ja, ja, immer alles kaputt machen. Wer ist denn, Bernd? Gut. Das sieht immer noch schön aus hier, ne? Ja, Alter. Grafisch ist echt hübsch hier. Naja, wenn ein Battlebeaks spielt, das... Passt auf die Fenster auf, Leute. Ja, ich finde, das stimmt bei dir, aber ich finde, das Spiel hat irgendwie einen eigenen Stil hier, Rainbow. Ja, das sowieso. Du brauchst bei Rainbow auch keinen Schneesturm oder Sandsturm oder sonst was. Das hat der Smow dir gezahlt, dass du das sagst, Patrick? Sag doch mal. Mhm. Lieber Smow, ne? Smow, hör mal. Nächstes Mal ohne Mo. Ohne Smow nichts los. Oho. Hier, hier, hier. Patrick. Mein Fehler. Vorsicht, hier kann man durchschießen wie es Holz, ne? Denn da hinten ist noch eine Klappe, ne? Die ist auch... Sacki. Lass mal beide machen. Ja, mach. Mega ärgerlich. Wenn du die Granate länger festhältst, als du willst dich schneller, ne? Ich weiß, ich weiß. Will ich aber gar nicht, also deswegen. Ja, okay. Wollte nur helfen, mein kleines Schluckiputz, ne? Danke für den Tipp. Wie denn da liegt der Frost, Alter? Hä? Oh, er hat jetzt noch geschossen. Der Raum Curry ist frei vor dir? Nein, 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 nein. Ist nix frei, Alter. Der Raum, wo du jetzt grad bist, meinte ich. Ja, der ist hier im Zug drinne, ne? Ja, cool, der ist in diesem Waggon. Okay. Also nicht... Warte, nicht links in dem Waggon, sondern der im Raum drinsteht. Ja, ich weiß, ich weiß jetzt noch nicht geschossen. Donala! Macbook Air Windows. Hast du? Welchen hast du noch nicht? Welchen hast du noch nicht? Okay, hier rechts in der Ecke ist noch jemand, glaube ich. Jawohl, nein. Den linken Zug habe ich. Nice bin. Nice bin. Ich komme runter. Ich komme runter. Oh, fuck. Der ist, glaube ich, noch drin, oder? Nice. Brüding! Sehr gut gestürmt wieder, Alter. Die ist von mehreren Seiten. Ey, das ist einfach die Formel. Hör mal. Ja, ist echt so. Ja, nice. Guck mal, der hat gar nichts gemerkt. Sehr gut, Jungs. Ja, und beim Curry läuft ja zur Zeit ein neues Let's Play. Also neu ist es nicht mehr, wenn es rauskommt, aber die FIFA Muffins. Ja. Könnt ihr mal reingucken. Also, sie sind wieder da. Und soll ich beim Curry... Weil ich wurde tatsächlich, falls bei mir auf den Kanal kommt. Nein, wir haben das so gemacht, dass es beim Curry läuft. Und wer es sehen möchte, kann beim Herrn Currywurst auf den Kanal gehen. Da gibt es die FIFA Muffins 2017, ja. Und, ja. Vielen Dank, Dennis ey. Vielen Dank. Liesesaal? Ja, ne? Liesesaal ist ganz, ganz schick. Ja, finde ich gut. Ich war zwar nur den ersten drei Folgen dabei, aber ich werde sicher... Ey, bis dahin bist du doch wieder am Start. Wir haben ja... Ey, ey, ey. Jeder ist immer, immer ein Teil der Mannschaft, weißt du? Was ist denn eigentlich mit dem Tobi? Ja, das freie mich auch. Das ist eh Legende seit FIFA 15, ohne Witz. Er sagt, wir nehmen 20 Uhr FIFA auf. Was ist los? Nichts. Der Patrick hat ja keine Zeit gehabt, Leute. Nichts auf? Weil ich sie denn immer einfach auf. Ich saß doch seit 5 Uhr morgens hier. Ist okay. Ne Patrick. Dann war ich zu. So, zack. Hopp, warte, willst du mich mal anfassen? Was ist denn jetzt los, Alter? Ich hab die ganzen Weibmann-Handschen bei dir. Äh! Das merkst du nur nicht, Leute, so klein. Ich dachte, das wär die Katze, Alter. Nee, 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 Patrick, nicht, Patrick, nicht, Patrick, nicht, nicht. Opa! Okay, Twitch is down. Junge, hör auf jetzt! Ich schieße dir hier ab, wenn du das noch einmal machst. Warte! Hä, ich bin mal einer Kassel. Okay, Leute. Oh, ich hab nur 20. Die Kameras hab ich. Oh, das hab ich. Wo hast du denn gemacht, Alter? Oh, Bernd, Alter. Das ist aber die schöne Therapie mit dir. Oh, ja, ich krieg's noch einen. Okay, ich mach hier mal Gift hin. Oh, Bernd! Ey, krass, dann hat man 104. Ja, es geht aber mit der Zeit wieder runter. Okay, Leute, ab geht's, Alter. Lassst du denn noch? Ab geht's. Lassst du denn noch? Lassst du denn noch? Ab geht's. Lass, ich kann mich hier in die Ecke rein platzen, Curry. Was? Hat jemand hier die Tür irgendwie gleich? Ja, Patrick, das wäre schön, wenn du dir helfen könntest. Ja, ich hab die Tür. Die hier. Nein, die hier. Ich mach die hier. Oder? Ja, die hat Tobi. Die hat Tobi. Okay, Patrick, okay, dann mach du hier. Ja, Tobi macht mit Dennis grad rum. Du machst hier die rechte Seite hier und ich mach die linke, okay? Was, was, was? Du machst hier die rechte Seite und ich mach die linke hier, weißt du? Boah, ich find das immer so geil. Hier. Wie stumpf man das so machen kann. Okay, oh fuck. Ja, der ist da in die Kammer. Der hat da die Klappe durchgeschlagen. Okay, cool. Nice, Patrick, sehr gut. Geh in Deckung. Geh weg, Patrick, geh weg. Weg, 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 weg. Weg da. Okay. Weg da, Patrick. Ja, wie denn? Wo soll ich denn hin? Wenn ich jetzt aufstehe, bin ich tot. Nicht zu offensichtlich, bleib zurück. Jawoll, nice. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Geh jetzt, komm her. Geh jetzt, neue Posi. Geh jetzt, geh zurück. Pass auf, der ist jetzt hier die Tür durchgesprungen. Achtung, du stehst vor der Linse. Wohl, Tobi, rechts, links. Patsache, hast du deinem abgezogen bekommen? Ja, 76 hab ich noch. Okay, gib ihm, Bonze, gib ihm. Patsache, ich bleib mal stehen. Nice, Tobi. Tobi. Komm. Auf dem Flur. Direkt ist auch einer. Hier ist er, hier ist er. Was sind das für Kamerasäe? Okay, der ist angehlt, der Chief 2166 ist angehlt. Ja, lass doch mal kommen. Tobi, bleib zurück, bleib zurück, Tobi. Tobi, ich hab ne, okay. Ist das ein Blackbeard? Ist das ein Blackbeard? Hab ich nicht angetötet? Tobi, mach mal den Winkel klein. Dann stelle ich mal an die Wand direkt rechts. Hier? Ja, ja, genau. Wenn er reinkommt, dann ist er auf jeden Fall weg. Und lehn dich mal nach links. Geh Patrick, bleib zurück. Geh zurück, geh zurück, genau. Einfach safen, Leute. Hier rechts ist auch einer. Zwei Eingänge. Oder Patrick, du facet hier nochmal. Und dann kommt Tobi auch raus. Ich könnte den Locker rollen. Patrick, mach du mal hier links da, okay? Die sind aber zu zweit. Und ich mach hier mit Tobi die Tür. Sind jetzt zwei in dem Gang? Ne, es leben noch zwei Leute. Alter, wie fällt denn der aus? Patrick, hast du gehört? Was denn? Wo denn? Du machst das Loch links und Patrick, Tobi und ich machen die Tür. Ja, da ist er. Da ist er. Jawoll. Boah, was? Ne, Tobi, bleib zurück. Bleib zurück, bleib einfach. Der hat fünf Papier. Die müssen da reinkommen. Tobi, was hast du? Also Tür, hast du? Ja, ja, alles gut. Pass auf die Treppe oben auf, Tobi. Der kann da durchschießen noch, ne? Genau. Schönen Winkel eng machen, genau so. Und der eine kriegt gerade unten durch. Du musst aufpassen, Tobi. Der kriegt überm Boden. Nicht, dass du dann übersiehst. Kamera. Kamera. Oh. Fuck you, Alter. Ah, das trifft, das trifft. Keine Chance. Die wollen euch ablenken, Leute. Ah, Fatze. Patrick, der kommt. Okay. Hast du ihn? Sauber. Patrick, ich lehne dich mal richtig. Warte. Nice. Alter, ich hab's gehört. Payzone, Alter. Nice. Wer AP hast du noch? Boah, nicht mehr viel. Keine Ahnung. Boah. Nice, Mann. Soll ich ihn noch gehielt hab, ey. Ja, nice. Auf jeden Fall. Das war echt gute Runden bis jetzt. Schön, Jungs. Ja, genau so muss das weitergehen, ey. Wir sollten nur auf'n Payzone-Channel gehen. Für diese Aktion immer. So. Dann wieder zurück auf deinen. Genau. Genau, dann komm wieder zurück auf meinen. Ne, auf'n PlayNation-Team-Channel gehen, Leute. Ja, da spielen wir jetzt auch, Rainbow, oder? Ja, maybe, maybe. Das wär auch mal geil, ey. So eine fette LAN-Party. Ja, ey, Junge. Ohne Witz. Ein Tisch in der Mitte. So einen langen Tisch. Dann sitzen fünf links, fünf rechts. Einmal cooler. Früher zum Release von Battlefront, ne? Das war auch geil, ey. Ja, Mann. Da haben wir noch die Pizza da reingeflogen und so, ey. Man kann sagen, man muss Science of Gaming, was man will. Aber das war echt geil. Ja, das war echt Hammer, ey. Also ohne Witz. Auch mit der Community, diese Sachen, die wir da gemacht haben, mega. Es war einfach eine schöne Zeit. Ja, ist doch schön, weißt du. Wir haben schöne Erinnerungen. Community hat vielleicht auch schöne Erinnerungen, ne? Jetzt kann man glücklich sterben, ne? Ja, das ist echt so, ne? Okay, Küche, glaub' ich, oder? Oh nein, ähm. Lesezimmer, irgendwo da. Erster, erster Stock. Lokzimmer ist er nicht, aber es ist irgendwo. Ich glaub Bahn oder Bahn? Ne, Bahn ist es nicht. Da, wo wir gerade waren, sind die. Okay, Lesezahe, ja. Okay. 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 Lesezimmer. Boah, dieser Störsender, ich hasse... Hier kann ich eigentlich... Ah. Hier gehen wir vor den Sack, ne? Ja. Mit Twitch kann man auch Störsender auch kaputt machen, oder? Ja, geht das? Weiß ich nicht, frage ich ja. Keine Ahnung. Okay, Mann, dann machen wir Lesezahe mal, Freunde. Es wär cool so, dass man dann als neuen Operator einen bekommt mit einer Drohne, der hat einen Störsender und kann dann einen Störsender damit kaputt machen. Oder stören. Am besten hat man jemanden mit einem Raketenwerfer. Ja, auf jeden Fall. Du hast dann ein bisschen den Twitch dabei, der kann den... Ja, auf jeden Fall. Was, was hat man dabei? Twitch. Ja, das hab ich ja gerade gefragt. Mit Twitch kann man dann Störsender normal kaputt machen, oder? Ja, klar. Du kannst alles damit kaputt machen mit dem Twitch. Also ich find Twitch ist immer noch einer meiner Lieblingsklassen, so. Ja, ist halt ein bisschen komplizierter zu spielen, also. Ja, ja, klar. Die beste Klasse ist Sledge, Alter. Ja, aber du hast einen Hammer. Ja, eben. Endlich mal. Ah, Alter. Warte mal, ich hab ne Idee. Ja, die ist halt einfach, aber gut, weißt du? Der Sledgehammer. Ah! Ist der was, Tobi, da oben? Von unten nach oben, Curry. Ich bin bei dir gar nicht gewesen, Dennis. Was? Oben war der, Dennis? Ja, der ist von unten nach oben gekommen. Der ist in die Treppe hochgekommen. Da, wo ich ein Loch in der Wand, da hundert. Ach so, okay. Von der Treppe da, okay. Alles klar. Ja, ja. Der ist also, der läuft da rum. Pass auf. Genau, den mein ich, warte. Ja. Ah. Den meinte ich. Alter, der hat noch so einen Zipfel da an Gesundheit. Ah, der ist oben, Alter. Hatte sie? Oh, Mann. Das war ein anderer Smoke, glaub ich. Ah, ja. Ja, ja, das war Smoke, ja. Da, Curry, genau da. Aber pass auf, Curry, hab ich ein Loch in die Wand. Loll. Muss ich nur sagen. Also einer hat nur noch fünf oder so. Oh, ruckzuck, fuck you, Alter. Okay, warte mal. Nur noch vier. Ne, fünf. Wenn der dumm ist, kommt er. Wo war der oben bei uns? Was meinst du? Na, einer, ja. Ganz oben. Oder wie? Hm, aber Treppe. Sehr gut. Nice. Wow. Dein Schild ist gleich kaputt, ne? Vorsicht. Ja. Oh, fuck. Ah, du Wichser. Der ist rausgekommen. Ah, da hätt ich nicht rechnen sollen, ey. Fuck, Mann. Ja, ruckzuck, ne? Ah. Hä? Wer da hängt, Alter? Da hängt, Alter. Da hängt ja Ben jeden Tag aus seiner Bude, Alter. Die Post unten holt. Ja, genau. Du musst aus dem Fenster raus, ey. Da fliegt den Nachbarn so. Hallo. Ah, Bernd. Okay, Leute. Wo wollen wir hin? Wollen wir oben? Zigarrenlounge. Ja, genau. Bahn ist gut. Bahn. Ja, Bahn ist gut. Der Hype Train. Tobi. Tobi. Alles klar. Tobi. Was? Das ist alles zum Trailer von Red Dead 2. War ja mehr oder weniger so ein Environment Trailer irgendwie, ne? Was sagt ihr denn zu Nintendo Switch? Aber... Ich muss sagen, war richtig nice. Ja. Nintendo Switch bin ich echt... Mega... Also ich glaube, die nächste Nintendo-Konsole ist dann Nintendo Switch. Halt die Schnauze, ne? Oh, ne. Ich freue mich mega auf Nintendo Switch. Das ist... Also, ideenmäßig ist das mega nice. Tobi muss ja besonders viel kacken, deswegen ist das du, weil du nur ein Vorteil hast. Wisst ihr überhaupt, was draußen ist, ihr Pisser? Also außer Dennis. Bitte? Dennis weiß, was draußen ist, ne? Aber ihr? Geh mal hier in Castle rein, oder? Was ist das? Was ist das Haus? Was draußen ist? So. Was stand unser Haus, Alter? Der Pern, Alter. Ey, das Geilste war bei... Warte mal, warte mal. Mach mal hier, mach mal hier. Mach mal hier. Ja, dann komm ich ja... Ich muss erst mal die andere noch. Kommen wir so... Ja, mach wieder weg. Ich hab mal drei. Ey, komm, letztens hast du so ein richtig krasses Bild auf... äh... Facebook auf Instagram gebrochen, das weißt du, ne? Du warst mit deinem Hund sehr früh draußen. Oh, es geht... Wo es neblig war. Der Junge, sah aus wie Silent Hill, Alter. Geil, Alter. Scheiße, ist doch mega, Alter. Ich hab den Undertaker auch nicht gefunden hier. Was haltet ihr eigentlich von dieser ganz frühe Geschichte mit dem Clown zum Beispiel? Ach, komm, ey. Ja, wenn mir einer vor die Füße kommt, kriegt er direkt aufs Maul, ey. Ja, das ist echt so genau so, wie wir es brauchen, weißt du? Und dann, dann stehen noch Leute im Internet und sagen so, oh, das find ich nicht gut. Gewalt mit Gewalt. Ja. Wann willst du denn sonst machen? Wirst du mit ihm reden, oder was? Weißt du, er steht da mit seiner Machete in der Hand, Alter. Wann willst du denn machen, ey? Würdest du... Komm, lass uns mal, lass uns mal reden. Eigentlich wollen die dir ja nichts tun, außer diese Schrecken arbeiten. Nee, 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 nee. Nicht mal mehr. Das hat sich ja schon längst wieder verändert. Manche Leute greifen ja die Leute sogar an und töten die und greifen die an. Ja, ich wollte gerade sagen. So kleine Kinder, weißt du? Was sind das für Leute, Alter? Sind die behindert im Kopf? Ja, ja. Hier oben müssen wir unbedingt aufpassen, ey. Am besten war der eine 14-Jährige, den sie aufgegabelt haben und den sie dann festgenommen haben, wo dann so meinte, ja, es sollte nur ein Spaß sein. Ja, klar. Geil. Ja, ein 14-Jähriger und ein 11-Jähriger war das. Kannst du direkt... Nee, Wuppertal, Wuppertal war das. Musst du direkt so die Bieren einhauen, weißt du? Ohne Witz, ey. Und du darfst als Polizist nicht mehr was machen. Nee, hier ist eingeschränkt. Aber soll ich euch noch was krasses erzählen? Es war eine Frau, die war in... Oh Gott, wo war das? Das war irgendwo in Deutschland. Dann war die Morgens, stand die in ihre Wohnung. Ja. Und guckt dann raus. Nee, die waren im Garten, hat da gepflanzt und guckt dann nach links und da steht einer. Ach genau, sorry, jetzt weiß ich wieder. Die stand in ihre Wohnung, in dem Wohnzimmer. Ach, ich tue nen Garten geguckt und dann stand einer, der hat einen Grab geschaufelt. Ein Clown. Ja, das habe ich gesehen, das Video. Wieso Video? Da vorne drin ist schon einer, ne? Ja, ich weiß, ich hab... Wer nennt das auch? Die Kinder hatten das auch mal, sie haben das aufgenommen. Hier oben die Klappe ist offen. Offen. Aber wie behindert muss man sein, weißt du? Alter, ohne Wins. Ist auch nicht lustig und gar nix, weißt du? Oh, Blackbeard oben an der Klappe. Blackbeard oben an der Klappe. Äh, gar nicht zeigen. Scheiße, fuck. Dennis, warum? Leute, hier bei mir ist niemand auf der anderen Seite gerade, ne? Ich bin ich gerade alleine gekommen. Ich hab das im Blick, ich hab das im Blick da hinten. Okay, nice, okay. Dieses Ding da hinten. Da guck ich hin. Einer ist oben, oder? Einer ist oben, Blackbeard, ja. Ich mach die Kameras, Jungs. Markiert. Bauer. Dann bleib du drin, bleib du drin, du bist ein Medic, du bist richtig. Ja, du auch, ne? Da ist Twitch, Alter. Mann! Scheiß Ding, Alter. Was ist? Ja. Einer ist die Temo hoch. Einer ist die Temo hoch. Einer ist sofort auf den Treppen. Absatz ganz oben. Bei Dennis oder was? Ist leider die Kamera ist jetzt kaputt. Wo denn hier, Patrick, oder? Wo? Ja, ja, das müsste da sein. Okay, der brennt sich durch, brennt sich durch, ja. Ja, ich hab das im Blick. Das kommt jetzt aber noch einer hoch, Ben. Der ist nach rechts von unten. Ben, ich hab den verletzt, ich hab den verletzt. Macbook Air ist verletzt. Link ist oben, in der Ecke. Da ist die Kamera. Ja, okay. Also, Ben, du musst den Gang nicht. Ich mach den Gang. Der ist mega... Ne! Ah! Oben war auch noch einer. Dieser Macbook Air ist mega angefragt. Lass den reinkommen. Was? Ihr seid nicht im Zielraum, ne? Passt schon, passt schon. Ich hab das ja im Blick da in die Tür. Luke aber, ne? Ihr müsst an die Luke denken. Ja, Luke gibt's auch. Ich mach die Luke dann, wenn einer reinjumpt. Ah, ah, ah. Also der eine ist mega angeltet, ne? Der eine ist mega angeltet, ne? Rechts kann er auch kommen, Bronzo, ne? Rechts die Tür offen bei dir. Patrick hat hier... Ich hab die Kamera. Ja, ich hab die Flurkamera. Okay, dann müsste ich mich so positionieren, ne? Ja. Ich sehe alles, was hinter dir vor sich geht. 40 Sekunden, Tobi, mach die bereit. Oh? Hä? Lol. Was? Mich doch verarschen, Alter. Okay, die werden jetzt gleich reingehen. Ben, geh mal nach links lieber. Ja. Würde ich auch machen. Pass auf mit dem Zug, dass da einer drinsitzt. Da, ja. Nein! Hä? Was? Der hat halt Headshot verpasst. Ist direkt down. Da kannst du nix machen. Ich hab den auf 40 runter geschossen. Aber ich hab doch... Guck mal, wenn der so liegt, dann kann ich gar nichts anderes als den Kopf treffen, weißt? Aber trotzdem... Ja, gut. Ding ist aber noch nicht verloren hier, ne? Alles gut, Mann. Komm. Ja. Aber letzte Runde war schon krass 4-0, ey. Da haben wir die geraped. Ja, wir spielen aber jetzt auch Silber-4-Niveau schon, ne? Da knüpfen wir jetzt dran an, Freunde. Das geht ja immer weiter höher, Leute. Ich glaub, wenn wir das jetzt gewinnen, bin ich Silber-4. Du... 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 Ja. Ich bin cool von euch, ja. Was hast du, Tobi? Glückwunsch. Dankeschön, Tobias. Kann man auch mal gratulieren, ey. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein richtiger TF. Ein richtiger Tobi. Weißt du, ey, wir können uns gratulieren, wenn wir gewinnen, alle. Geil, ey. Ja, jetzt lass mal gewinnen. Ey, komm, ich zieh die Handschuhe an und nimm dich als Gummipuppe. Ja, nice, Alter. Wenn mal kommt eigentlich Gummipuppe Death 4-3. Ja, ich wart auch schon die ganze Zeit drauf. Jeden Tag am Boxcamp, Alter. Warenmuseum ist ne... Was dauert noch ein bisschen? Genau noch ein bisschen. Warum? Küche. Küche, okay. Ab nach unten. Das ist ein Video. Oh, shit, Alter. Das fehlt ein Blockbuster. Ab nach unten da in die Stube. Ja, Gummipuppe of Death nicht kennen. Einmal mal bei Brunze auf den Kanal gehen. Und Gummipuppe of Death suchen. Teil 1 bis 2... Teil 1 und 2 sind schon da. Wobei man sagen muss, Teil 2 ist sehr verstörend. Es gibt dann aber noch ein Special-Teil, der so ein bisschen Gummipuppe auf Death 3 ankündigt. Wo man ein paar Ausschnitte schon sehen kann. Und du weißt, das ist der Film mit Leo. Pfff, dieser Mann. Hä? Ne, Leo kommt da nicht drin. Komm wahrscheinlich. Oh, scheiße. Okay, kann ich nicht aufpassen jetzt. Der teuer die Gage, oder was? Ähm. 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 Sind doch außerhalb von der Küche welche? Oder alle in der Küche? Ähm, da sind so Nebenräume. Da sind die drin. Ähm. Ey Patrick. Wo sind die Gegner? Speisezubereitung. Hast du da hinten die Kamera gemacht bei dir, Dennis? Ist kaputt. Ehrlich. Ey Küche. Küche. Habe einen? Küchererbsen. Okay, der ist links. Oh fuck. Oh fuck. Kannst du dich töten? Junge, es reicht's. Bist du hohem Bock. Habt ihr den da? Habt ihr den? Ich hab 22 HP. Alter, der Server leckt ein bisschen. Du müsst die Tür safen da. Okay, Dennis ist safe. Alles klar. Dennis ist drin, ne? Ja klar, dieser Ruckzug ist der größte. Fuck-Fuck-Alter, den es in Deutschland gibt. Wo war der? Wo war der? Der ist geradeaus durch, äh, Bronze. Also bei Bronze, geradeaus durch. Oder warte mal Tobi, ich navigiere dich mal. Geradeaus durch, oder? Ähm. Da. Äh, da. Wo denn? Bei Tobi, bei Tobi. Direkt bei Tobi. Wie so ein Gnom rennte da durch, Alter, du. Hab ihn. Nice! Sauber Bronze, sauber. Sehr gut. Patrick, das zusammenarbeiten hier. Kannst du dich hier durchsprengen oder so? Jo. Tobi, komm mal rüber hier. Was ist los da? Jo, ich spreng uns hier rein. Achso, ich bin auf der anderen Seite. Ich mach hier ein bisschen Rabau, äh, Rabau, ja. Radau. Okay, hier ist noch ne Tür. Patrick, da ist ne Tür. Die müssen wir erst mal sprengen, glaub ich. Pass auf, Tobi. Ist einer hier drin? Ne, ne? Pass auf, Curry. Dann ist keiner drinne. Fuck! Fuck, 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 fuck! Okay, ich mach auf. Tobi, jetzt geh... Ja. Die legen praktisch hinter dem... Nein! Hier ist einer, hier ist einer. Direkt an der Kiste. Welcher Kiste? Nix, Tobi. Der hol den anderen jetzt. 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 Nein! Fick diese Scheiß-Dings, Alter! Wir haben den Safeguard, Alter. Jawoll, sauber, sauber, sauber. Haben wir gut gemacht, haben wir gut gemacht. Warte. Ah, du verschissen, ey. Von beiden Seiten, weißt du, ich würd grad reinkommen? Ich bin auch noch von hinten gekommen, Alter. Der kommt noch zu mir, ey, geil. Das war genau der richtige Moment, Ben. Wir sind alle wieder gleichzeitig rein, das war perfekt, weil hinten hinter der einen Küche, da war noch jemand. Weißt du, was ich so krass finde? Wir schaffen das mittlerweile ohne uns groß abzuschauen. Ja, ja, das ist halt das nice. Hey, Curry, ey! Wollt ihr wirklich wieder Bahnmuseum machen? Das Schlimme ist, dass ich weiß, was Dennis denkt, dadurch. Wollen wir gerade einen Lounge? Wollen wir Zigarren-Lounge machen? Ja, was denk ich denn, dadurch? Keine Ahnung, ich kenn deine Gedanken einfach. Ja, sag doch! Wir werden's blind verstehen. Ja, was denn? Ja, alles. Alles, was du denkst. Dennis, der Dennis nennt sich die ganze Zeit, du, Linker Fuß, rechts, 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 rechts. Wollte ich grad sagen. Manchmal stolper ich auch einmal, weil die manchen Sachen zweimal denken. Ja, da fängst du mich noch von vorne an, ne? Linker Fuß, rechts, rechts, rechts. Was denkt dran, Bronze, es geht um deine Zigarre, Alter. Der Denz'n Walzer, ey. Oh ja, schön, paf, paf. Hä? Die Hand! Okay, Leute, go. Na, Alter, Junge. Auf geht's. Ich will mal Bernd gerne ohne Bart. Okay, hier hat natürlich sehr viele Fenster, ne? Also ganz, ganz komplett ohne Bart. Boah, ich fühl mich auch schon gerade ohne Bart. Ja, aber ich wollte die Fenster zu. So, ich siehst so wie so'n jungfräuliches Baby-Arschloch würde ich dann gerne mal sehen. So, wie, Alter. So wie, Alter. Wie viel Castle hast du noch, Patrick? Noch eins. Mach hier, mach hier. Ins Fenster. Ich hab das schon, aber ich ignorier's mal einfach. Ja. Aber ich hab meine Nippels noch. Bala Reiner, die Bude. Okay, mach neben das Fenster, Patrick. Äh, Tobi. Hier hin, oder? Was ist denn los mit dir, ey? Genau, und, äh, hier hinten noch. Geil. Kaputt. Okay, es geht los, la. Es geht los, la. Durch aus, oder? Muss ich dann's Treppenhaus machen. Warte, warte, heikel. Halalalalalala. Gehen sie bitte durch, junger Mann. Guten Tag. Ja, guten Tag. Okay vorne, ab geht's. Guck dir, Stefan wurde letzten 50. Mach doch mal ne Rede. Von dem hört und sieht man nix, Alter. Ich mach hier Gift rein, Wonse. Also Stefan, was ist denn los mit ihm? Hier könnte eins oben durch ein Fenster kommen, ne? Ja, ja, genau deshalb, ja. Ich vermisse den Stefan so, ey. Ohne wenn Stefan und Tal waren. Das ist ja so gar nicht mehr so. Ist ja krass, ey. Krass, das ist ja so. Das ist halt, das ist halt einfach cool. Aber ich find's krass, ne? Also, ich mein, der hat's genauso angekündigt. Ja, das stimmt. Wenn er weg ist, ist er weg. So muss das sein, nochmal. Aber irgendwann, irgendwann muss man ihn nochmal wieder sehen, ey. Wenn er jetzt auf einmal wieder käme, so, weiß ich nicht. Okay, dann wollen wir mal gucken, was der Valkyrie hier für eine Kamera aufbaut hat. Aber hier, Fenster bei mir hier draußen ist auf. Hier unten ist einer im Flur. Tobi, im Flur seiner. Da unten. Unten hab ich markiert. Unter euch. Nix hin, Tobi. Auf dem Blackbeard. Da ist's, Alter. Tobi, ist da noch einer? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob da noch im Fenster noch einer ist. Das kann gut sein. Also wie gesagt, hier ist offen. Okay, hier brennt er sich durch durch die Wand. Ohne ist offen, Alter. Ist da einer? Der kann an der Treppe sein. Wo war der? Wo war der? Oder war der oben? Oben, nein. Oben. Und Treppe unten. Treppe unten, ja. Bei mir kam er nicht. Warte, warte vor. Das ist der Switch. Hab mich hier in die Ecke reingestellt. Lass ihn kommen, okay? Okay, pass auf, Curry. Ich hab ja grad einen markiert, ja? So. Ich hab mich schon gesehen vorhin. Nicht markieren, nicht markieren. Der sitzt auf der Treppe und aimt den Treppenabsatz ab. Das heißt, wenn die rauskommen... Ja, der heißt. Da ist noch einer, oder? Ja, der war nicht huckzuck. Ich hab den Fass am Treppenabsatz, der hat nicht mehr viel. Bug. Okay, Party, warte mal. Ich kann dir wieder angeben, Party. Ich kann dir wieder angeben. Der ist jetzt grad auf der mittleren Ebene. Ja? Ja, okay. Ich sag dir, wenn der hochkommt. Ja. Der kann nicht mehr viel haben. Okay, der geht jetzt runter. Der läuft auch anders rum. Ach, scheiße. Den holen können. Treppe müsste ich haben. Also die Mucke, Mann. Höri, wo laufen die hier die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Ach, über uns, okay. Die sind hier über uns. Guck mal. Da kommt der Henne rein. Ja, ja, okay. Vorsicht, ne? Okay, ich hab's gesehen, ja. Schatten. Hast du gesehen den Schatten, Alter? Ja. Klasse, das denn aus? Von wo? Ah, scheiße, Mann. Fuck, ey. Der oben ist oben, Höri, genau. Sonnig, ey. Der muss da aber reinkommen, Höri. Du hast... Du hast es eigentlich. Warte, Mapscht. Die Mucke einfach, ey. Da läuft die ganze Musik, läuft den ganzen Tag beim Curry im Kopf. Na klar. Den ganzen Tag. Mit so ne Triangel dabei. Da war doch ein Schatten. Shadows. Shadowland. Okay, da hat sich einer eingeseilt, warte mal. Eingeseilt. Oh, no, 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 no. Der soll immer drehen aufs Klo gehen. Ja. Patrick, äh, Hauptfenster oben, ne? Weißt du, ne? Ja, ja. Das ist das Hauptfenster oben. Das ist der, wo wir immer durchgucken, Patrick. Das Dachfenster da oben. Ja, genau das. Ohhhh. Gegen Rückzug hat man keine Chance, Alter. Das ist ne Bestie, der Typ. Elf, drei. Alles klar. Ich kann euch echt nur Lion King mal empfehlen, dieses Musical. Der ist schön. Boah, der hat so Glück, Mann. Der hat echt Lack, ne? Komm, der schießt auf meine Beine, Alter. Der hat gerade angefangen mit Lion King, Alter. Ja. Okay, Leute, 3-3, ey. Das ist echt kein... Kennst du ja, Tobi. Okay, jetzt nochmal Westen. Kein Tänzchen hier, ne? Ja, ich kenn das. Wo gehen wir hin? Lass mal in den Lesesaal gehen. Lesesaal, ja. Hast du denn mal den Film gesehen, Tobi? Den Film hab ich gesehen, ja, ja, klar. Wie heißt denn der Bösewicht? Gar... Nee, Scarfar? Scar? Scar, ne? Der Vater? Thomas Fritsch. Hä? Was für Thomas Fritsch? Den wär's vergessen. Dieser Erzähler. War der Jaffan, ey. Und für Jeffrey, Alter? Thomas Fritsch, Alter. Ich weiß... Was denn? Thomas Fritsch, ey. Hopp, Alter. Nicht die Wand machen. Nicht, 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 Dennis. Nicht, 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 nicht. Hopp. Ey, 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 ey. Ne, Mustafa heißt der nicht. Das ist ja ein bisschen... Kann er nicht klar. Mustafar, Alter. Der heißt Mustafar, oder? Ich kann Timon und Pumpe, Alter. Mustafi, Alter. Ich würd's mit der Treiberschaft. Mufasa. Ja, genau, Mann. Mufasa, hör mal. Mufasa. Schütt mal, schütt mal nen Mufasa ein, Alter. Ich kenn nur nen Bufanda, Alter. Muss so nen holen. Eine Weste noch. Mach die Tür zu. Nein. Es geht schon los. Es geht schon los. Mach die Tür zu. Könnt ihr eigentlich aufhören mit dem Bülsewitz? Könnt ihr noch reinmachen? Ich hätt das nicht mehr vergessen, als du dich extra eingeloggt hast. In der sie nur uns, um uns umzubringen und uns den ganzen scheiß Spaß machen wollen. Tür zu. Lieber Bufi. Ach shit, die werden wahrscheinlich wieder herkommen. Warte mal. Ich hab draußen ne Kamera hingehängt, ne? Mach mal hier noch, mach mal die Wand hier zu, Patrick. Ich mach das. Ich hab nichts mehr. Schnell, 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 schnell. Ich mach das, Kevin. Ich mach doch nichts. Hast du auch draußen nichts? Genau wie der Bruder von Ben. Hast du draußen ne Kamera, Dennis? Ich bin kein Kameramann heute, ne. Ich hab keine Kamera. Ich hab aber draußen ins Treppenhaus eine geringt. Tobi, nice, Alter. Ja, geil, ne, Curry. Also im Raum brauchst du, im Raum hast du ja zwei gelegt, das ist natürlich Quatsch, ne? Ja, ich bin nicht mehr rausgekommen, Alter. Okay, Leute. Er hat mich schon eingeschlossen. Was ist denn hier? Ich komm hier nicht hoch. Ab geht's. Ach ja, Leute. Und vorsichtig, du stehst da gerade. Duje. Hey, bisschen konzentraten jetzt, Leute. Hau ab. Leute. Bisschen jetzt. 3-3. Tobi. Tobi. Das war hier, ne? Ja, Twitch. Das ist einfach. Der ist zurückgefahren, natürlich. Ja, wenn er reinkommt, hab ich den. Ja, ja, ja. Ich hab noch mal in die Tür. Als irgendwas, als irgendwas gesplittert. Ja, was macht ihr denn? Warum liegt denn jetzt einer, Alter? Der hat sich selbst in die Luft gesprengt, der Idiot, Alter. Kann ich doch nix für? Boah, die sind jetzt beide tot. Kannst du nix machen, Alter? Das hat einen Grund, warum ich das mache. Erkläre ich später. Hier kommt auch gleich irgendwas, ne? Auf jeden Fall ist das ein Grund. Ja, gleich später. Nice, Patrick. Nice, Patrick. Du bist ein Tier, Patrick. Mach mal ein Tiger, Patrick. Komm. Kamera, Kamera. Warte mal, pscht. Kann ich hier stehen bleiben, Curry? Ich seh dich grad nicht. Ich muss grad hier auf die Ecke gucken. Okay, Patrick hat den, ne? Vorsicht, Patrick. Geh nicht vor, geh nicht vor, Patrick. Patrick ist einer. Ja, das ist ein Loch. Komm, Alter. Drei gegen drei. Jetzt bleibt einfach nicht bei dem Loch. Wie ist der so die kleine Granate ausgepackt, Alter? Nicht hinlegen, Patrick. Nicht hinlegen, Patrick. Wie kannst du das sehen, wenn er mir rücken zu dir stellt? Ich hab mich noch grad umgedreht. So. Ich dachte, du hast auch Augen am Hinterkopf. Okay, Patrick. Du musst links die Tür haben. Boah, Bernd, ey. Du musst ja mal den... Onkel Doktor, ey. Onkel Bernd. Okay, los. Nice. Nice, nice, Patrick. Der liegt, der liegt, oder? Ja, nice. Schön. Wo war das, Patrick? Äh, Bronzer, wo bist du gestorben? Keine Ahnung. Von eurer Seite, glaub ich. Oh, wow. Oh, was? Warte mal. Peser hat einen gekillt, der liegt. Der liegt, Chloe. Der liegt. Peser ist aber noch einer. Curry-Land. Was machst du denn da? Nice! Bäm, Alter. Hey, der ist noch sauber, ey. Tobi, ich möchte unbedingt die Szene sehen, wo ich mich da wechspringe, ja? Ja, mein bester. Mit dem Gewehr, mit dem Holzgewehr. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die Runde noch... Ja, aber der lag ja, Patrick. Der konnte ja eh nicht wieder überlebt werden, weißt du? Das war's gut, ey. Das war's gut, ey. Das war's gut, ey. Das war's gut, ey. Das war's gut. Tobi, der auf einmal lagen. Tobi, der auf einmal lagen. War da nicht? Noch eine? Ja doch, aber den hatte Patrick verletzt. Der lag. Das geilste war, Tobi, die beste Szene. Ich hab das, also ich erklär das, warum ich mich selber gesprengt hab. Es gab mal eine Szene, da haben wir nämlich die Yacht gespielt. Und Tobi und ich saßen so richtig schön an den Augen. Ja, das muss man natürlich in der Entscheidungsrunde machen. Echt? Erzähl das mal. Ja. Ey. Warte, so redest du nicht mit deinem Vorgesetzten, ja? Können schöne viele Brücken, ne? So. Also, pass auf. Und da hab ich mich selber weggesprengt. Das war sehr lustig, aber der Tobi hat das nie veröffnet. Hä? Das ist die Folge, die kaputt war, die wir in die raushauen sollten. Oh, scheiße. War das die Folge, wo der Paddy so doof war und von B nach A gelaufen ist? Keine Ahnung, vielleicht gucken wir uns beim nächsten Mal nochmal rein, Alter. Ja, los. Dann lad ich dir vielleicht doch mal hoch, ey. Ja, mal hoch da, ey. Äh, Bahnmuseum, Bahnmuseum. Okay, Dennis, du gehst wieder nach oben ins Slaggy, ja? Ja, klar, ey. Nice. Paddy, ich liebe die Kamera, nicht am Brofen. Ja. Ja, ja. Außer die, jetzt zeig's. 69, so tolle Zahl. Das ist deine Trikotnummer, Alter. Das ist meine Lieblingszahl. Das ist meine Lieblingszahl. Die 69. Warum? Ja. Weil 69 ne Bummstellung ist. Machst du die immer? Ja, danke. Ich wollte irgendwas Kreatives sagen. Ich wollte irgendwas Kreatives sagen. Das war richtig kreativ, Alter. Ja. Die macht dann mal mit seinem ersten Kreativ. Die Bummstellung. Ey. Okay, Leute, ab geht's, Mann. Am wenigsten ist er ehrlich, ne? Ja, dann ist halt der Denno, ne? Ja, dann soll ich euch ja was erzählen. Wenn ihr hier alle Doktor Sommer lest, ja? Vor allem Paddy, der dir mal Briefe hinschickt. Hallo. Ja. Hallo, liebes Doktor Sommer-Team. Kann ich nicht zuschreiben? Die gibt's doch gar nicht mehr. Am, am linken Sack. Achso, Tobi. Am linken Sack. Was haut denn denn jetzt raus? Man hat auch riesengroße Strackzweiber-Bilder. Am linken Sack hab ich ein Pickel. Da wächst auf einmal ein Haar. Kauf dir ein A. Kann man auch da Frauen mitbefruchten? Danke. So. Achso, ich sollte hochkommen, ne? Ach man, ey. Ich erinnere Patrick doch nur aus Spaß. Patrick, wir sind doch Bros eigentlich. Nicht, Patrick? Patrick? Warte, rede mit mir. Aua, ich bin schon wieder der ruckzuckeste Fickschädel, Alter. Konzentrier dich doch mal. Ja, das hat nichts mit konzentrieren zu tun. Wo ist der denn? Oben. Was heißt oben? Ganz oben im Zigarrenlaunch. Da wo du dich grad absalzt, Patrick, ist dein eigener Raum, wo so eine kleine Abstandraum ist. Nein! Der meinte ich. Ah, fuck. Konzentrier dich doch mal. Ja, du laberst den ganzen Tag. Halt die Klappe, Mann. An mir liegt sich. Okay, 3 gegen 3, komm. Oder vielleicht doch, Patrick. Ich entschuldige mich, haste recht. Bin jetzt ruhig. Ich hab den, ich hab den. Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Okay, nice. Aber Ben, du kannst eigentlich mit deiner Waffe auch durch den Holzboden schießen, ja? Kannst ja merken. Kann man hier nicht irgendwas machen wie hier, ne? Das weiß ich nicht. Kann aber sein, weil es eine Holzverkleidung ist. Muss man auch probieren. Hast du keine Granate oder so? Ich versuche, dass der Container sich um den Boden schießen. Der Biohazard Container hat sich befestigt. Ne, warte, links. Wie geht's aus bei dir? Ich bin am Start hier. Komm zu Tobi rüber. Komm zu Tobi rüber. Und? Spring mal auf da. Ja, mach mal auf. Wobei oder lieber nicht, ich hau das lieber kaputt. Ne, braucht der gar nicht hier bei mir. Aber pass auf. Also da liegt auf jeden Fall einer hinter dem mittleren Zug. Ja, da, da. Komm, Tobi. Müsste der sein. Oh, was? Der ist an der Tür da. Ah, der ist in dem Raum davor auch, ne? Ja. Ich geh mal anders da rum. Hier ist ein Frost drin, ne? Vorsicht. Aber mach mal rein da. Okay, und jetzt... Genau Tobi, da ist ein Frost drin. Pass auf. Warte, warte, warte. Okay. Und jetzt aufmachen. Nice, Ben. Ben, Alter. Oh nein, Ben, was war das denn? Ist da noch einer im Raum? Mach ich mal erstmal die Kamera kaputt. Hinter dem Schild meint der Curry. Ben, hinter dem zweiten Schild. Okay. But I don't know. Tobi, hier hinter dem Schild ist vielleicht einer. Ah, shit. Der hat mich zuerst gesehen, Mann. Der liegt hinter dem mittleren Zug. Rechts, Ben. Am Ende des Raums. Ben, der ist nach rechts gegangen. Hast du gesehen, ne? Pass auf. Tobi ist am Start. Der liegt rechts, Tobi. Rechts hinter dem Zug. Hier? Ja, genau. Müsste der Ben eigentlich sehen. Was? Oh, die Falle. Oh, da war der Falle? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ben, mach, mach, mach. Ach, kacke, ey. Machst du da, Ben? Vielleicht bin ich ein gutes Lockmittel. Ja, ich weiß. Ja, die kommen nicht. Da ist er. Jawoll. Jetzt musst du Tobi holen. Hol jetzt Tobi. Geh mal Tobi holen. Du hast noch 19 Sekunden, Ben, ne? Hey, hol doch Tobi, Alter. Ich geh doch hier, Mann. Ich geh doch hier, Hol Tobi. Ich geh rein. Hä? Ja, ich kann den nicht holen, Mann. Das dauert zu lange. Da liegt er. 10 Sekunden. Dann. Nicht, nicht auf dem Boot. 10! Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Okay, 4-4. Ja, was vor Gott, Alter. Ich mein, ich hätte ihn nicht holen können. Das hätte zu lange gedauert. Ja, kann sein. Außerdem hätte er dann die ganze Zeit kommen können. Ich wusste überhaupt nicht, wo der war, ey. Ich kann doch mal wieder auf meine Leiche schießen, die Drecksaule. Muss ich schon sagen, Ben, Alter. Du hast echt in letzter Zeit wirklich krasse Reflexe. Wir reizen das immer aus, ne? Nur Konzentration manchmal, aber mehr auch nicht. Lass mal nicht ins Bahnmuseum, oder? Das ist wie so ein Tiger, Alter, boah. Wollen wir ins Bahnmuseum, wirklich? Okay. Komm mal ein Tiger, Ben, nochmal. Können auch Ziggy Lounge machen, ey. Lesesaal. Nee, Ziggy, Ziggy. Aber Küche hätten wir auch mal machen können. Lesesaal geht nicht. Durchaus. War gesperrt. Ey, Curry. Okay, scheiße, Mann, ey. Ich hätte ihn echt wieder überleben müssen, ey. Okay, komm mal da. Ist doch jetzt egal, Ben. Ich hätte nicht reintreten müssen. Das war gut gewesen von uns, ey. Tobi trete halt oft, sehr oft in Scheiße. Kann man, passiert halt. Ab geht's. Aber Tobi hat immer Glück gemacht. Deswegen hab ich dir letztens auch ins Gesicht gedreht, ne? Hahaha. Das ist ein CF, ne? Sicher, dass ihr da die Räume safen wollt? Die haben einfach hier ein Fenster, da können die einfach durch, ne? Das bringt gar nichts, da die Wand zu safen, eigentlich. Ich mach immer ganz gerne die Äußeren, aber wir können auch ganz gerne die Inneren machen, hier. Ja, aber das wäre mal was anderes. Ja, aber die haben doch sowieso dann einfach ein Holzfenster, da können die einfach durchjumpen. Ja, das verwirrt die aber. Also, wo sollen wir hier zu machen, Curry? Das verwirrt die doch nicht, wenn die wissen, wo das Ziel ist. Das verwirrt die. Aber ich kann auch hier Lücke reinmachen, das verwirrt die auch. Wir müssen einfach wieder gleich die Klappe... Ah, ich hätte hier oben nehmen können. Die Klappe. Vielleicht geht da Valkyrie sogar hin. Ich geh hoch, man. Welche Klappe soll ich safen? Ja, jetzt ist eh schon zu spät, da wird er jetzt kommen. Egal, ich opfer mich. Komm, Tobi, komm jetzt zum Zweiter hoch. Komm, mach mal hier zu. Wo, Makema? Ja, danke, meine kleine Schatzleinke. Zack. Keine Ahnung, dass da direkt jemand kommt, ne? Komm, wo noch Curry? Ja, sonst ist ja nichts. Aber du kannst vielleicht da oben bleiben, falls sich da jemand durchbrennen will. Ich hab wieder ein Blackbeard von oben. Ja, deswegen. Deswegen kannst du dich da oben verstecken oder so. Ja, mach also vorne, ne? Mach nur die andere Klappe. Wobei die Klappe... Nee, du brauchst jetzt nicht auch hochgehen, Tobi. Nee, nee, ich hab da noch eine Kamera hingehen. Wer hat die Weste noch nicht? Nee, das ist hier im Nebenraum. Hier ist noch eine Weste. Ja, scheiß drauf. Also Kameras müssten sehr gut verteilt sein, glaub ich. Ja, super. Schön in alle Richtungen, weißt du? Ich weiß nicht, es könnte sein, dass bei dir im Moment gesprengt wird, ne? Oder durchgebrannt. Unten kommt einer rein, im Hauptraum, quasi. Die Haupttür unten, bei Küche. Mhm. Gehen wir mal auf folgendes. Zack. Kommt, Leute. Der Einer kommt von oben. Kommt der jetzt zur Klappe, oder was? Ja, Blackbeard ist oben. Guck mal, okay. Gut zu wissen. Ja, Dennis ist da. Pass auf, Patrick. Vorsichtig. Fuck. Wo war der Patrick? Der ja, am Fenster. Okay. Zwischenraum. Patrick, bleib, bleib zurück. Ich mach hier mal den hier. Alles Zeit. Ja, zwei Minuten. Oh, die haben wir gesprengt. Nach dem Glas. Okay, Tobi, Vorsicht. Vorsichtig. Fuse war das Glas, ist dann noch. Nach dem Glas. Ne, Fuse. Okay. Okay. Okay, irgendwo ist da jemand, Tobi, der hat auf mich gerade geschaut. Boah, Alter. Okay, der ruckzuck ist am Fenster, Alter. Ist der Blackbeard? Boah, ich hasse den Typen. Okay, ich hab den Blackbeard. Zweifel verprobi auf der Seite. Das ist noch einer. Das ist noch einer. Oh, da ist noch einer an der Tür. Oh, Gott. Pass auf, der ruckzuck, der hängt immer an einem Fenster, Leute. Weiße, ey. Okay, das ist ein Sniper. Vorsichtig. Der ist bei rechts, rechts beim Kaminraum. Komm, Leute, ihr packt das. Habt ihr den Kamin? Ja, ne? Ne. Okay. Patrick, einer muss da vielleicht mal den Kamin oder so, weil da zwei jetzt im Zuge... Ja, das geht aber nicht gerade. Ich kann jetzt nicht darüber... Okay, Tobi. Hast du eine P90, Ben? Ja. Patrick, welche Seite hast du jetzt? In der Mitte, okay. Pass auf, Ben, der ist links oder du, ne? Switch war das? Nice. Nice, der ist in der Falle gerannt. Oben musste das sein. Ich glaub, das war unten. Ben links ist einer, vergessen. Nice, Ben, nice, nice. Das heißt, Curry, der liegt im Nachbarzimmer. Hier links ist einer. Auf der Falle gerannt. Wo ist links? Äh, da in dem Nachbaraum. Ja, da werde ich aber jetzt nicht rausgehen. Leute, gehen doch nicht alle auf einen Punkt. Nice, Patrick. Ben, du kannst den anderen jetzt töten. Oder Curry, kannst du töten. Der liegt rechts, Curry, rechts auf der rechten Seite. Rechts am Boden ist der liegt. Ja, ja, ja. Nice, Dennis. Okay, einer nur noch. Ich weiß, wer da ist. Bleib doch. Die Zeit läuft doch. Nice. Nice, man, nice. Nice. Sehr gut. Das ist eine saubere Story, Alter. Aber Patrick, du hättest jetzt nicht vorgehen sollen. Ich wusste, dass er es ist. Ja, ja. Aber du hättest trotzdem auch einfach sterben können jetzt. Ja, eben, ja. Ah gut, wir waren drei. Aber wenn er alleine wäre, wär's krass. Trotzdem, ne? Ja. Das Problem ist, das Problem ist, irgendjemand will immer, will immer den letzten Kill, so weißt du. Und das ist falsch. Das ist einfach scheiße. Nice, Leute. Sehr geile Runde, Jungs. Nice. Also, ich hatte ja gedacht, dass wir das zwischenzeitlich aus der Hand geben, aber ganz nice. Sehr gute Runde, Patrick. Ich könnte uns ja jetzt einfach mal gegenseitig die Hand geben, ey. Ja. Hey, hier. Tolle Hand, hier. Wer ist Gold 1, Alter? Schack, Digga. Gold 1, Mann. Werden mal ein Sneaker sein. Robin hat auch Sneakers.de, Alter. Ciao, ciao. Also, wir sehen uns wieder im nächsten... Was, Curry, Tobi? Was hast du gesagt? Tschüss! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.